Willkommen in Jena, liebe Schülerinnen und Schüler. Willkommen im tief verschneiten Jena. Ich vermute, dort, wo ihr gerade sitzt, liegt auch sehr viel Schnee. Und ich hoffe, dass ihr den heute noch genießen könnt, dass ihr rausgehen könnt zum Schlittenfahren oder um eine Schneeballschlacht zu machen, dass ihr jenseits von Hausaufgaben und Schule noch schöne Dinge machen könnt. Ich heiße Christian Dobel. Ich bin an der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik an der Universitätsklinik Jena angestellt. Von meiner Ausbildung her bin ich Psychologe. Und ich will mich heute mit euch über das Thema Sprache unterhalten. Das ist etwas, was für euch vollkommen selbstverständlich ist, was absolut natürlich ist, womit ihr, sagen wir mal, zumindest mit eurer Muttersprache wahrscheinlich in den allermeisten Fällen keine großen Schwierigkeiten habt. Aber vielleicht merkt ihr, es macht euch schon ein bisschen Mühe, eine Zweitsprache zu lernen, wenn ihr zum Beispiel in der Schule Englisch, Französisch, Latein oder andere Sprachen lernen müsst oder sollt. Bei mir ist auch Christian. Der ist Social-Media-Redakteur beim MDR. Und dem könnt ihr gerne uns eure Fragen schicken. Die wird er dann lesen und mir vorlesen. Und über ihn können wir so gemeinsam diskutieren und miteinander sprechen. Und vielleicht schickt ihr ihm gleich mal so ein paar Hinweise, welche Sprachen ihr sprecht, welche ihr gerne lernen würdet und was euch vielleicht an dem Thema fasziniert. Was wir jetzt im Folgenden machen. Ich fange mal ganz vorne an. Wozu dienen Sprachen? Was sind Funktionen von Sprachen? Und dann gehen wir immer ein bisschen weiter. Wie funktioniert das im Gehirn? Und dann schauen wir mal, wo wir am Ende dieser kleinen Vorlesung angekommen sind. Also, wie gesagt, von vorne die Funktion von Sprache. Ihr kennt wahrscheinlich Charles Darwin oder von der Evolutionstheorie. Habt ihr sicherlich schon mal was in der Schule gehört. Und seitdem der seine Forschung veröffentlicht hat, reden wir über Dinge, die den Lebewesen beim Überleben hilfreich sind. Was sind diese Funktionen? Was bringt das? Und das stellen wir jetzt für Frage. Das stellen wir jetzt für Sprache. Dass ich ein bisschen aufgeregt bin, das merkt ihr auch. Aber sowas kommt schon mal vor. Wir machen was ganz was Einfaches. Ein Experiment. Und dazu, Christian, kannst du dir bitte mal die Ohren zuhalten und die Augen zumachen? Weil ich zeige jetzt unseren Zuhörern gleich was. Und das sollst du nicht hören und sollst du nicht sehen. Okay? Und der macht das absolut richtig. Der steckt sich nämlich nicht die Finger in die Ohren, sondern hält die so zu. Man soll sich nämlich nichts in die Ohren stecken und in die Nase übrigens auch nicht. Okay. Also, ich habe hier was mitgebracht, was er noch nicht gesehen hat. Und das halte ich jetzt mal in die Kamera. Und wenn ihr jetzt ganz laut schreit, was ihr da seht, dann kann ich das hören. Ihr braucht es ihm nicht schreiben, weil er kann es ja nicht lesen. Okay. Auto. Also, ich schreibe das hier auf, was ihr mir zugerufen habt. Und dann kann jetzt Christian wieder seine Ohren aufmachen. Naja, der sieht das jetzt natürlich nicht. Ich schaue mal, ob er es jetzt so merkt. Okay. Pass mal auf. Die Kinder haben was... Ich habe denen was gezeigt, was du noch nicht gesehen hast. Und du sollst mir jetzt sagen, was das war. Auto steht da. Richtig. Ihr glaubt, das ist absolut trivial. Das ist es aber nicht. Ihr habt eine Erfahrung gemacht. Ihr habt was gesehen. Das habt ihr mir sprachlich mitgeteilt. Ich habe das aufgeschrieben. Und auf einmal weiß es jemand, der das nicht gesehen hat und auch nicht gehört hat. Und das ist was, was für uns Menschen was ganz Besonderes ist. Das kann keine andere Spezies auf der Welt. Wir können Wissen fixieren. Wissen, das wir gemacht haben, das jemand anders nicht macht, aber der davon lesen kann. Und so schreiben wir zum Beispiel Gesetzbücher. Das sind diese roten, dicken Bücher. Ich habe hier ein bisschen Alters mitgebracht. Die neueren sind viel dicker. Wir schreiben Kochbücher. Sowas kennt ihr wahrscheinlich auch. Und das Ganze passiert natürlich auch online. Und landet irgendwann mal in geschriebener Form zum Beispiel im Internet. Und da bleibt es dann auch drin. Aber ich kann nicht nur solche Erfahrungen mitteilen, sondern natürlich auch Erinnerungen oder Gefühle. Also ich kann zum Beispiel zu Christian sagen, Uch Gott, das ist ganz schön aufregend hier. Ich kann ja sagen, meine Pumpe geht ganz schön und mir läuft der Schweiß runter und alles Mögliche. Und dann weiß er, der ist ganz schön aufgeregt und ist ein bisschen ängstlich bei der Sache. Aber ich kann natürlich auch von Dingen erzählen, die es vielleicht gar nicht gibt. Ich kann mir ein tiefschwarzes Einhorn vorstellen. Es ist so schwarz, dass wenn man hinguckt, da glaubt man, da ist ein Loch. Man sieht noch nicht mal Augen, weil die sind nämlich auch super schwarz. Aber dieses Einhorn hat ein knallgelbes Horn und hellblaue Flossen an. Und ich habe euch jetzt meine Fantasie beschrieben, was ich mir ausgedacht habe. Ihr könntet das malen. Und so sehen wir, also so eine Idee, die ich habe, so einen Gedanken, den kann ich euch so übermitteln und zwar mit sehr hoher Präzision. Und auch Sachen, die es nicht gibt. Ich kann natürlich auch Lügen und Unwahrheiten erzählen. Zum Beispiel, dass ich in der Schule immer nur Einser hatte und einer der besten Schüler war. Und dann, man heißt Einser oder Einsen. Naja, so gut war ich anscheinend vielleicht doch nicht in der Schule. Aber wir reden nicht nur und wir sprechen nicht nur, um uns Informationen zu übermitteln, sondern das Ganze dient auch zum sozialen Zusammenhalt. Also ich kann zum Beispiel sagen, Mahlzeit, bevor wir zum Essen anfangen oder ich sehe irgendjemanden und sage, ey, schönes Wetter heute. Und ich könnte mir auch denken, Mensch, der sieht ja selber, dass es gerade schneit. Warum sagt er mir das jetzt? Wir tauschen Informationen sehr schnell aus. Und zum Beispiel, ey Christian, wenn du nachher noch einen Kaffee trinken willst, hier ums Eck ist das Café Rossi. Da gibt es einen super italienischen Kaffee. Und so bauen wir so eine Beziehung auf und so freunden wir uns an auf solche Weisen. Und spannenderweise ist es so, dass wir ungefähr im Schnitt, das gilt nicht für alle Menschen natürlich, so viel miteinander reden wie nichtmenschliche Primaten, also zum Beispiel Menschenaffen, damit verbringen, sich gegenseitig zu lausen und sich gegenseitig den Körper zu pflegen. Grooming, wie das auf Englisch heißt. Also das könnte so ein Vorläufer zum Beispiel von menschlicher Sprache sein. Was ihr vielleicht auch schon kennt, ist, dass wir Sprache brauchen zum Problemlösen. Also ihr müsst natürlich ganz viele Probleme lösen, wenn ihr zum Beispiel Mathehausaufgaben bekommt oder Physikaufgaben und da muss man schon mal drüber brüten. Und dazu als Beispiel habe ich hier so ein Schachspiel aufgebaut, wie das ja aussehen könnte. Ihr wisst ja vielleicht, wie sich Türme bewegen können im Schachspiel. Die können immer nur so im rechten Winkel ziehen. Und der König zum Beispiel, ich habe hier so einen weißen König, der kann sich immer nur um ein Feld bewegen. Und jetzt wisst ihr, okay, ich habe jetzt zwei Türme und ich will jetzt den König fangen. Und jetzt ziehe ich den mal hier hin. Aha, jetzt habe ich den schon mal eingesperrt. Und dann macht mein Gegner zum Beispiel so eine Bewegung. Und dann denke ich, so, jetzt habe ich ihn und setze ihn schachmatt. Ja, das ist jetzt dumm gelaufen, weil jetzt schlägt der König meinen Turm. Und so kann uns eine Versprachlichung von einem Problem auch dienen, dass wir uns dieses Problem einfacher machen und dass wir dadurch auch lernen. Und dann, jetzt wird es spannend, das Ganze dient auch zur emotionalen Regulation, wie wir das Ganze nennen. Und da will ich einen kleinen Versuch mit euch machen. Ich habe es, wie es zur Jahreszeit ganz gut passt. Hier etwas Schnee mitgebracht. Direkt draußen hier vor der Tür. Und wir machen jetzt ein Experiment. Ich halte meine Hand in den Schnee und schaue mal, wie lange ich das aushalte, wenn ich die einfach nur so reinhalte und wenn ich fluche. Im zweiten Durchgang des Experiments. Und das probieren wir jetzt mal aus. Also, ich stoppe mir meine Zeit und ich packe meine Hand in den Schnee. Ja, jetzt stehen wir hier und warten. Und ich darf eigentlich nichts sagen. Christian, ich glaube, wir schaffen das jetzt nicht mit der Zeit. Kannst du mal bitte einen Zeitsprung, drei Minuten in die Zukunft machen? Warte, auf mein Kommando. Drei, zwei, eins, jetzt. Uah! Okay. Ja, ein bisschen mehr als drei Minuten. Gar nicht schlecht. Okay. Wir machen es nochmal. Jetzt darf ich fluchen. Auf die Plätze fährt, soll ich den linken Arm oder den rechten? Ne, ich nehme natürlich den rechten Arm, weil der linke war ja jetzt gerade schon in der Kälte. Wir wollen das ja als richtiges Experiment machen. Also, ich packe den wieder ins Eis und zwar jetzt. Uah! Und jetzt darf ich fluchen. Oh, verdammt! Oh, so ein Mist, so ein Shit. Machen wir wieder den Sprung in die Zukunft. Christian, drei, zwei, eins. Diesmal aber fünf Minuten. Und jetzt. Und oh, shit! Wie machst du das eigentlich mit der Zukunft? Viel mehr. Mit der Zeitreise, Christian. Das haben wir doch hier eingeplant. Das haben wir doch organisiert, dass das so gut klappt. Hast du eine Zeitmaschine? Ja, die haben wir hier im Medienzentrum eingebaut. Und die funktioniert ganz gut, wie du gerade gesehen hast. Klappt gut, ja. Sag mal, hat da jetzt jemand geschrieben, dass das ein schlechtes Experiment war? Warte mal, weil da jemand sagt, jetzt beim zweiten Mal ist der Schnee ja schon viel wärmer geworden und geschmolzen. Ja, okay. Also, ihr seht, wenn ihr das wirklich ausprobieren wollt, dann macht das einfach mal als echtes Experiment mit richtigen, mit mehreren Personen, die das ausprobieren können. Okay, wenn ihr nicht mit Schmerzen arbeiten wollt, dann vielleicht beim Sport. Und da ist es eine ganz übliche Strategie, um die Motivation zu steigern. Zum Beispiel hier bei so einem Marathonläufer, der sich hier den Berg hochquält, dass man denen beibringt, mit sich selbst zu reden. Dass sich die selber motivieren durch Sprache. Ich halte durch. Ich schaffe das noch und so weiter. Und wenn ihr das macht, zum Beispiel, wenn ihr mal ängstlich seid vor einer Prüfung, wie ich jetzt gerade und so weiter. Nicht eine Prüfung, sowas Aufregendes wie im Fernsehen zu sein. Dann redet mit euch. Dann beruhigt euch, redet euch gut zu. Oder wenn ihr beim Sport seid, einen Dauerlauf machen müsst, dann motiviert euch einfach durch Sprache. Das funktioniert sehr gut. Jetzt was ganz Interessantes. In der Sprachwissenschaft, da redet man von Sprachhandlungen. Und das ist, das klingt vielleicht komisch, weil, was ist eine Handlung, eine Handlung, irgendwas mit den Händen. Also ich nehme irgendwas, ich manipuliere irgendwas, wie zum Beispiel jetzt auch beim Musizieren oder sowas. Oder auch mit euren Beinen, wenn ihr irgendwas tretet oder so. Aber wir sprechen deswegen von Sprachhandlungen. Einerseits natürlich, wie ihr seht, weil ich mache ja auch hier Handlungen mit meinem Unterkiefer und mit meiner Zunge und so weiter. Sonst würde das alles nicht funktionieren. Aber auch, weil wir mit Sprache unsere Umwelt verändern. Also ich will zum Beispiel jetzt gerne euch Sachen übermitteln, die ich für interessant halte. Und dadurch versuche ich, so ein bisschen was bei euch zu verändern. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr zum Beispiel am Ende sagt, das ist ja eigentlich ein ganz spannendes Thema. Mit dem möchte ich mich mal ein bisschen näher auseinandersetzen. Ein weiteres spannendes Kennzeichen von Sprache ist, wir auf der Erde, wir kennen keine menschliche Gruppe, keinen Stamm, kein Volk ohne Sprache. Es ist ein universelles Kennzeichen. Wie viele Sprachen gibt es? Das ist eine gute Frage. Es sind ein paar tausend. Manchmal liest man 5000, manchmal 7000 oder 8000. Das ist so ein bisschen davon abhängig, was man als Sprache betrachtet, ob man Dialekte schon als unterschiedliche Sprache betrachtet oder nicht. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, viele Sprachen sind bedroht und können auch sterben, wenn die einfach nicht mehr gesprochen werden. Und es gibt tatsächlich auch sehr viele Sprachen, die am Aussterben sind und jeden Monat sterben ein paar Sprachen mehr aus. Eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte, wenn man sich das genauer überlegt. So, wie funktioniert jetzt das Ganze? Und eine Sache, die wir als Menschen dafür brauchen als Sprecher, sind Bedeutungsinhalte. Wir nennen das Semantik. Was bedeuten Dinge? Also, zum Beispiel, wenn ihr jetzt an euer Haustier denkt oder sowas, dann wisst ihr, das ist ein lebendes Tier. Irgendwie sowas wie hier ein Stift oder sowas oder die Schachfiguren, die ich euch gezeigt habe. Das sind natürlich keine Lebewesen, sondern das sind künstliche Gegenstände, die von Menschen gemacht sind. Lebewesen können sich bewegen, die funktionieren ganz anders. Tiere haben Fell. Solche Eigenschaften meinen wir Semantik. Und die Wörter, die wir gebrauchen in unserer Sprache oder beim Schreiben, sind auch Symbole. Die sind Zeichen für etwas anderes. Also in dem Fall, was ich da vorher mit Christian gerade gemacht habe, diesen Zettel mit dem Auto drauf, sehr schlampig geschrieben, ist ein Zeichen für dieses Ding, das ich euch gezeigt habe. Und selbstverständlich für uns beide, er kann natürlich auch das Wort Auto gebrauchen. Symbole arbeiten sozusagen in beide Richtungen. Ja, Christian, wir haben auch die erste Frage jetzt. Okay, dann. Bei Facebook von Inka, die möchte wissen, muss ich laut mit mir selbst reden, damit ich besser beim Sport bin? Oder reicht es, wenn man das im Kopf sagt? Inka, super Frage. Ich nehme die gleich nochmal auf, besonders dann, wenn mich der Christian daran erinnert. Das reicht, wenn du im Kopf mit dir sprichst. Also wenn du jetzt an Marathon denkst, da wäre es so auch eigentlich wirklich schlecht, wenn du das laut ausformulierst. Deswegen, da kommt ein Atemrhythmus durcheinander. Deswegen mach es im Kopf. So, die Semantik hatten wir. Das zweite, Grammatik. Was meinen die wir damit? Mit, sagen wir mal so, die Regeln einer Sprache. Das kennt ihr natürlich. Im Deutschen sind Substantive männlich, weiblich oder sächlich. Der, die, das. Und das muss man leider lernen. Und dann habt ihr natürlich festgestellt, im Englischen ist es vielleicht einfacher. Da gibt es the oder a oder sowas. Da haben wir nicht der, die, das. Lustigerweise gibt es auch Sätze ohne Inhalt. Die haben sozusagen noch gewisse grammatikalische Strukturen, sind aber per se bedeutungslos. Ich habe euch hier ein paar Beispiele hingeschrieben. Ein ganz berühmter Satz ist, farblose grüne Ideen schlafen wütend. Wüsstet ihr jetzt, was damit gemeint ist? Was bedeutet ihr Satz? Ich habe keine Ahnung. Ist der grammatikalisch korrekt? Ja, eigentlich. Ich glaube, da habe ich keine Rechtschreibfehler eingebaut. Kann schon passieren. Okay. Jetzt sagt er ja, da grüne Ideen. Hey, Moment mal. Da hast du schon, Grammatik ist da drin, grüne Ideen. Ja, geht das auch komplett mit Wörtern, die es nicht gibt. Ja, hier ein Beispiel. De fiege gebino branzt foskidense. Klingt doch wie ein Satz, den es im Deutschen geben könnte, den es aber nicht gibt. Ist auch so ein bisschen Grammatik drin, auch Sprachmelodie und so Sachen. Ja. Naja, und dann wird es ein bisschen schwieriger. Es gibt auch Sätze, die klingen erstmal bedeutungsvoll. Aber wenn ihr dann sagen müsstet, was bedeuten die denn, dann wird es schon schwierig. Also zum Beispiel, eine gute Grundlage ist die beste Voraussetzung für eine solide Basis. Ganz ehrlich, wenn ihr mich jetzt fragt, was bedeutet der Satz? Ich habe keine Ahnung. Aber sucht mal nach so Sätzen. Sucht auch im Internet nach diesen Sätzen. Ihr werdet da jede Menge Treffer finden. Gut, wir hatten Semantik, wir hatten Grammatik. Kommen wir zu Phonologie, die Laute einer Sprache. Das ist jetzt schwer zu erklären. Wie hört sich was an? Reimt sich etwas? Okay, wir machen wieder einen Versuch. Und da komme ich jetzt so ein bisschen auf die Frage von Inka zurück. Ich zeige euch jetzt zwei Gegenstände und ihr sollt die nicht laut aussprechen. Für euch entscheiden, im Kopf reimen sich die oder nicht. Nicht richtig toll. Ich gebe euch einen Tipp, es soll ein Haus sein. Okay? Maus. Ob sich die beiden reimen oder nicht, könnt ihr im Kopf beurteilen. Richtig? Ihr könnt das zu euch sagen. Haus, Maus. Und dann, auch wenn ihr es nicht aussprechen solltet, sondern hinschreiben oder so, könntet ihr sagen, oh ja, die beiden reimen sich. Also jetzt zum Beispiel hier reimen sich diese beiden auch. Und dann würdet ihr wahrscheinlich eher sagen, nee, reimt sich nicht. Also ihr könnt diese interne Sprache produzieren. Und die hört sich ganz ähnlich an wie die gesprochene Sprache. Schauen wir uns das nochmal so in einem größeren Modell an. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel im Deutschunterricht sagen müsstet, definieren müsstet, das ist übrigens eine ganz schön fiese Frage aus meiner Sicht, was ist ein Wort? Was sind das eigentlich? Und dann wäre so eine Antwort, okay, ein Wort hat eine Bedeutung, Semantik, es hat grammatikalische Eigenschaften und es hat einen bestimmten Klang. Und dann die Artikulation, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das sind motorische Programme, die aktiviert werden, zum Beispiel zu Mundbewegungen, zu Zungenbewegungen, zum Ausatmen, damit ihr genau dieses Wort aussprechen könnt. Und das sind die Aspekte eines Wortes. Und eigentlich ganz interessant, wenn ihr euch jetzt das nochmal vorstellt, gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel mit dem Auto. Ich habe euch gezeigt, was ihr sagen sollt, worüber ihr reden sollt. In dem Fall das Auto. Ihr hättet auch rotes Auto sagen können oder Ferrari oder sowas. Dazu müsst ihr das erstmal verstanden haben. Was ist das? Was wollt ihr sagen? Auto oder roter Ferrari oder Spielzeugauto oder sowas. Und wenn ihr das wisst, dann wird die Grammatik dazu gebildet. Zum Beispiel ein roter Ferrari. Im Deutschen kommt eben, weil es der Ferrari ist ein R dran und so weiter. Und dann wird das in die Phonologie eingekleidet. Dann kriegt das erst den Klang dazu und wird dann ausgesprochen. Und hier, das war die Frage von Inka. Und jetzt guckt euch nochmal dieses Modell an. Ich zeige da jetzt, wenn ihr was passiert, wenn Inka jetzt beim Sport mit sich redet, dann bildet sie eine Botschaft, die sie sich selber sagen will. Vielleicht, die ist sozusagen noch nicht verbal. Die wird in Grammatik eingekleidet. Und dann haben wir die Phonologie dazu. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass sie es ausspricht. Diese Artikulation. Und deswegen funktioniert das auch. Also zwischen diesen zwei Sachen ist eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt. Und die Sprache, mit der ihr mit euch selber sprecht und der ihr mit der Außenwelt sprecht, ist oft ganz, ganz ähnlich. Wir haben auch noch weitere Fragen bei YouTube. Was haben wir denn noch? Und zwar auch nochmal von der Inka, die fragt, woran liegt es, dass Menschen, die nicht hören können, auch manchmal schlecht sprechen können? Inka, das stellen wir auch nach hinten an. Da haben wir nämlich ein paar extra Folien dazu. Und das ist eine super Frage. Und dann noch eine weitere Frage bei YouTube von Mara. Die möchte wissen, woran liegt es, dass ich das Alphabet nicht aufsagen kann, ohne das bekannte Lied, die Melodie zu verfallen? Okay. Die einfachste Antwort ist, Mara, weil du es meistens so machst und weil du es so geübt hast. Ich bin mir sicher, wenn du es andersrum übst, dann wirst du es irgendwann können. Aber wenn du das dazu singst, dann benutzt du einen Teil des Gehirns dazu, der für musikalische Verarbeitung zuständig ist. Darüber werden wir jetzt auch gleich noch reden. Und dieser Teil deines Gehirns unterstützt dann deine Prozesse, oder unterstützt die Prozesse, die du brauchst, um das Alphabet aufzusagen. Also du benutzt sozusagen mehr Wissen, mehr Kanäle, um an diese Informationen zu kommen. Hey, wir haben ja super gute Zuhörer. Jetzt eine ganz wichtige Frage. Ihr kennt ja vielleicht so die Regeln des Deutschen oder die Sprachen, die ihr lernen müsst, Französisch, Englisch, was auch immer, so aus den Lehrbüchern. Ihr habt vielleicht auch einen Duden, ein Wörterbuch zu Hause und so weiter. Und es wirkt ja so, dass das alles in Stein gemeißelt ist. Sind Sprachen fest und unveränderlich? Und die klipp und klare Antwort ist Nein. Also Wörter kommen und gehen. Wenn ihr mal in den Duden schaut oder wenn ihr damit danach mal googelt, jedes Jahr werden oder bei jeder Ausgabe des Duden kommen neue Wörter rein und andere Wörter kommen raus. Zum Beispiel das Wort Gendersternchen kam jetzt, glaube ich, in der letzten Ausgabe hinein. Dafür ist das hübsche Wort Zugemüse verschwunden, weil das nicht mehr so stark gebraucht wird. Also es gibt irgendwelche neuen Gegenstände, die auftauchen, für die man ein Wort braucht und dann bildet man sich ein Wort dazu. Zum Beispiel Fremdschämen ist ein Wort, von dem hatte ich in meiner Kindheit und Jugend nie gehört und mittlerweile wird Fremdschämen die ganze Zeit gebraucht und hat auch Einzug in den Duden gefunden. Was ist denn Zugemüse? Zugemüse ist das Gemüse, das es zum Fleisch dazu gibt oder zum Fisch. Zugemüse als Beilage. Das habe ich aber auch noch nie gehört. Weil das verschwunden ist. Das ist eins der Wörter, die aus dem Duden rausgenommen wurden. Und guck da mal danach, es gibt sogar eine Aufzählung von Wörtern, die aus dem Duden rausgenommen wurden und da sind sehr nette Wörter eigentlich drin, wo man sich ärgert, dass die verschwunden sind. Okay, verändern sich jetzt auch die Regeln der Sprache oder auch die Grammatik? Das kann schon passieren. Also ich weiß nicht, wie ihr sprecht, aber es kann schon sein, dass für euch ganz normal ist, dass ihr zum Beispiel sagt, wegen dem Schnee bin ich heute zu spät in die Schule gekommen. Und dann müsst ihr euch leider von euren Deutschlehrerinnen und Lehrern anhören, na, pass mal auf, wegen des Schnees ist es richtig. Bei wegen kommt Genitiv. Aber mittlerweile wird das Wegen immer mehr mit dem Dativ verbunden. Und das wird sicher dann auch irgendwann mal so sein, dass es auch korrekt ist zu schreien, wegen dem Schnee musste ich heute ganz lange in die Arbeit laufen. Letzte Frage dazu, kommen neue Laute dazu? Oh ja, oder passt mal auf, bei den Regeln habe ich noch ein viel besseres Beispiel. Das regt meine Frau immer ganz besonders auf, sowas, was man im Bayerischen gebraucht und auch im Ruhrgebiet, wo man zum Beispiel, wo man so einen Satz sagt wie Dem Leo seine Oma. Das ist für die Hochdeutsch Sprechenden aus dem Bereich Hannover und Braunschwein absolut furchtbar. Für Dialektsprecher vollkommen korrekt. Wo liegt das Problem? Und wenn ihr zum Beispiel jetzt aus irgendeinem Bereich, wo man Hochdeutsch spricht, irgendwo hinzieht, wo man Dialekt spricht, dann kann es schon sein, dass ihr diese Regeln des Dialekts übernehmt. Und genauso ist es auch mit den Phonemen, den lautlichen Klängen von der Sprache. Die unterscheiden sich auch in Dialekten. Und wenn man jetzt den lokalen Dialekt lernen will oder den Dialekt, den man mal gesprochen hat, verlernen will, dann muss man das lernen. So wie ihr zum Beispiel im Englischen ja auch dieses TH euch damit quälen müsst, um das zu lernen. Also auch hier, das verändert sich. Und Sprachwissenschaftler, vielleicht im Gegensatz zu euren Deutschlehrinnen und Deutschlehrern, finden es ganz toll, dass Sprachen lebend sind, dass es Jugendsprache gibt, dass neue Wörter hinzukommen, weil für die ist das einfach ein Hinweis darauf, dass das ein lebendiges System ist. Gut, kommen wir zum nächsten Phänomen. Und dazu habe ich euch ein Gehirn mitgebracht. Selbstverständlich ist das kein echtes Gehirn, sondern das ist ein Modell. Weil wenn das jetzt ein echtes Gehirn wäre, dann muss ich zugeben, hätte ich jetzt auch nicht so richtig Lust, das anzufassen. Und ich zeige euch das mal. Das sieht so aus. Und wenn ihr da von oben drauf guckt, dann seht ihr da zwei Hälften. Und wir nennen das Hemisphären. Die linke Hemisphäre und die rechte Hemisphäre. Und jetzt ist eine total offensichtliche und sehr gute Frage von euch. Woher weiß ich denn, was links und rechts ist? Okay, Antwort. Das kann man sich ganz gut merken. Guckt euch das Gehirn mal von der Seite an. Und da seht ihr hier so ganz deutlich eine Furche. Das ist die sogenannte silbische Furche. Und die geht sozusagen von links unten, zieht sich die hier rauf. Und bei der linken Hemisphäre sieht das so aus. Und bei der rechten Hemisphäre sieht das so aus. Da geht die halt in die andere Richtung hoch. Gut. Wo man es auch noch ganz gut sehen kann, ist hier hinten an den Kleinhirnen. Die nennt man so, weil die eben klein sind. Und weil die fast so aussehen wie extra Gehirne. Und die sind hinten am Kopf. Und dann seht ihr, jetzt, wenn ich das so hoch halte, dann sieht das ungefähr so aus. Also die linke Hemisphäre und hier die linke Seite meines Kopfes. Gut. Und jetzt wissen wir durch Untersuchungen an Patienten, die Schlaganfälle erlitten hatten, oder auch mit sogenannten bildgebenden Verfahren, wo wir die Gehirnaktivierung abbilden können, während das Gehirn am Arbeiten ist, dass die linke Hemisphäre sprachdominant ist und stärker aktiv ist als die rechte Hemisphäre, wenn es um sprachliche Fähigkeiten geht. Da kam vorher die Frage mit den musikalischen Fähigkeiten. Und die sind eher auf der rechten Hemisphäre gespeichert. Das heißt, wenn du jetzt das Alphabet abrufst und aussagst und du kannst das nur singenderweise, dann benutzt du wahrscheinlich Teile von deiner rechten Hemisphäre, um eine ursprüngliche Tätigkeit der linken Hemisphäre zu unterstützen. Und deswegen funktioniert das bei dir ganz gut. Gut. Was haben wir jetzt über Patienten mit Hirnschädigungen gelernt? Und das war eigentlich so der Bereich, wie die Hirnforschung losging. Und das war ein Patient, der wurde Thorn genannt und wurde von Paul Broker untersucht. Und er hatte eine Läsion hier vorne im Gehirn. Deswegen, wenn diese Läsionen in diesen Bereich gehen, dann spricht man von einer Broker-Aphasie. Und wenn die eher hier hinten drin sind, dann von einer Wernicke-Aphasie. Die wurde von einem berühmten Wissenschaftler namens Wernicke das erste Mal beschrieben. Und je nachdem, wo diese Läsion liegt, sieht die Sprachleistung bei den Patienten ganz unterschiedlich aus. Also, die Broker-Patienten verstehen Sprache ziemlich gut. Die können Anweisungen befolgen. Und denen könnte ich zum Beispiel dieses Auto hochhalten und sagen, der soll mal das Wort dafür produzieren. Und was dann wahrscheinlich passiert oder ungefähr passiert, das könnt ihr hier auf einer meiner Folien sehen, der hätte größere Schwierigkeiten, das Wort rauszubringen. Der würde so, man würde das richtig in seinem Gesicht sehen, so diese Anstrengung und dann würde er fahren, Straße, und dann macht er vielleicht noch so eine Gebärde dazu, wie man ein Auto lenkt. Und, aber dann habt ihr verstanden, ja, der hat schon kapiert, es geht um sowas wie ein Auto. Okay, gucken wir uns den anderen Patienten an, den Wernicke-Aphasiker. Bei denen ist das Sprachverständnis deutlich stärker beeinträchtigt. Und wenn ihr, oder wenn wir denen als Patienten so eine Fragestellung, wie sind sie denn hierher gekommen? Dann antwortet der zum Beispiel sehr selbstbewusst, sehr flüssig. Na, das ist eine Leime gemacht und so kann man das halt so deften. Ist ja auch eine schöne Sache. Mein Bruder hat eine flöhne Dechse und so können wir halt durch auch die durch, ne? Und da habt ihr gemerkt, die Anstrengung war nicht deutlich, so wie ich euch das versucht habe vorzumachen. Der hat ganz viele Sachen gesagt, deswegen bezeichnen wir das als flüssige Aphasie. Im Gegensatz zur Broker-Aphasie, die wir als nicht flüssig bezeichnen. Wir konnten aber nicht so richtig verstanden, wir konnten ihn nicht verstehen oder hat er das verstanden, was wir ihn gefragt haben. Das bleibt da ein Rätsel. Aber wichtig für euch, was mir auch wichtig ist, Du weißt jetzt hier so Fremdwetter, aber vielleicht kannst du kurz erklären, was eine Läsion ist und auch eine Aphasie. Ah, natürlich. Also mit Läsion bezeichnen wir eine Verletzung. Und die kann auf unterschiedliche Weisen zustande kommen, weil ihr zum Beispiel, wenn ihr einen Unfall habt und euer Kopf schlägt auf dem, nee, lieber nicht bei euch, wenn bei Patienten der Kopf zum Beispiel auf dem Boden aufschlägt oder bei einem Autounfall und sowas. Und dann gibt es natürlich auch Schlaganfälle, wo zum Beispiel blutversorgende Gefäße platzen und dann Teile des Gehirns nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden. Das Gehirn ist ein sehr, sehr aktives Organ. Das braucht sehr viel Energie und deswegen auch Sauerstoff. Und wenn die Sauerstoffversorgung über das Blut längere Zeit aussetzt, dann kommt es zu Schäden, die manchmal kurzfristig sind und leider manchmal auch natürlich längerfristig. Jetzt was euch... Genau, das war die gute Frage mit Läsion. Und Aphasie heißt glaube ich... Und Aphasie heißt die Unfähigkeit zu sprechen, die Unfähigkeit, Sprache zu verstehen oder zu produzieren. Damit ist nicht unbedingt das Sprechen gemeint. Mit Sprechen, das bezeichnet eher diese Artikulation, diese motorischen Prozesse. Und bei Aphasie meinen wir, wenn es auch in den Bereich Grammatik reingeht und teilweise in den Bereich auch des semantischen Wissens. Christian, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst, aber ich habe gehört, dass solche Patienten teilweise mit viel Training auch so Gehirnbereiche wieder aktivieren können oder quasi auch so ein neues Gehirn irgendwie wie wachsen kann oder so. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, natürlich. Dass man darüber weiß. Also pass auf, jetzt eigentlich das Spannendste. Ihr habt wahrscheinlich jetzt an Erwachsene gedacht, aber diese Hirnverletzungen können natürlich auch bei kleinen Kindern auftreten. Und jetzt ist das absolut faszinierende, auch dann, wenn diese Verletzungen sehr, sehr schwerwiegend sind, dann können die kleine Kinder Sprache im komplett oder fast normalen Bereich entwickeln. Und der Grund dafür ist, weil dann andere Bereiche, die üblicherweise nicht unbedingt für diese sprachlichen Fähigkeiten gedacht sind, diese Funktionen des Gehirns übernehmen. Und die können auf der linken Hemisphäre sein oder die können auf der rechten Hemisphäre sein. Also die Hemisphäre, die üblicherweise nicht für Sprache zuständig ist. Und das bezeichnen wir als Neuroplastizität. Also das Gehirn besteht aus Gehirnzellen, die Neuronen, da kommt dieser Begriff Neuro her. Und Plastizität bedeutet formbar. Und junge Gehirne, je jünger, umso mehr sind sehr plastisch, sehr, sehr, sehr lernfähig. Und deswegen können auch sehr kleine Kinder anscheinend danach Fähigkeiten sehr gut entwickeln. und das können die viel, viel besser als Erwachsene das können, wenn die eine ähnliche Läsion erreichen. Bei den Erwachsenen ist das mit sehr viel Training und dann mit sehr viel Mühe verbunden. Aber auch da ist so eine Grundidee, dass man Bereiche, die geschädigt wurden, wieder aktiviert oder dass andere Bereiche, die so eine Fähigkeit früher nicht hatten, das wieder übernehmen. Hey, wir kriegen ja richtig super Fragen. Wann und wie geht es los? Vielleicht habt ihr kleine Geschwister und dann gut wäre jetzt für euch, wenn die so viel, viel kleiner sind, vielleicht erst so ein paar Wochen alt oder sowas, weil dann könnt ihr jetzt in Zukunft, nachdem ihr meinen Vortrag gehört habt, mit denen richtig coole Experimente machen und könnt die beobachten. Es geht los mit dem Produzieren von Lauten, sowas wie Glucksen oder Gurren und dann kommt schon mal sowas wie Silben vor, so wie ein Bu, dann Gu, dann Ba und so weiter und dann werden die manchmal auch kombiniert, dass so ein Baba entsteht, ein Gugu und so weiter und so fort. Und dann ab dem neunten Monat werden einzelne Wörter verstanden und ab ungefähr einem Jahr können kleine Menschen schon die ersten einzelne Wörter sprechen. So ab dem 18. Monat bis zum 24. Monat, wobei diese Grenzen, die müsst ihr nicht so richtig ernst nehmen, das können sehr breite Grenzen sein, gibt es die sogenannte Wortschatzexplosion. Bis zu dem Zeitbereich sollte man so einen Wortschatz von 50 bis 200 Wörtern entwickelt haben und erworben haben und dann und das war mühsam bis zu dieser oder langsam bis zu dieser Zeit hin und dann geht es richtig los. Dann kommt diese sogenannte Wortschatzexplosion und bis ihr 18 Jahre alt seid, der offizielle Zeitpunkt, wenn die Pubertät vorbei ist, beherrschen wir so im Durchschnitt 50.000 bis 60.000 Wörter. Das ist eine ganze Menge. Und macht euch mal die Mühe und rechnet euch aus, wie viele Wörter ihr dann pro Tag neu lernen müsst im Deutschen und das sind ganz schön viele. Da kommt ihr so auf eine Zahl von um die 10. Ab ungefähr 1,5 bis 2 Jahren können wir so zwei Wörter und mehr produzieren. Verstehen können wir teilweise dann schon kleinere Sätze und dann ist so die Überlegung so mit 4 bis 5 Jahren sind so die grundlegenden sprachlichen Fähigkeiten gefestigt und sind erworben und ab jetzt wird es einfach immer nur komplizierter. Die Grammatik wird komplizierter, man baut Relativsätze ein, Sätze werden länger und der Wortschatz wird natürlich immer größer und wächst gigantisch. Und dass das so einfach geht und dass das so schnell geht, ist eine gigantische Leistung des menschlichen Gehirns. Und wie ich euch versucht habe, vorher klarzumachen mit dem Gehirn, wir sind vorbegabt, Sprachen zu lernen und mit dieser linkshemisphärischen Sprachdominanz werden wir schon geboren. Jetzt denkt ihr und das ist natürlich absolut richtig, okay, alles klar, wann bin ich geboren worden? Am 29. Juni, in meinem Fall ist das schon ein bisschen her, 1965 und da ging es los. nee, wahrscheinlich ging das viel früher los, nämlich schon im Mutterleib, wo auch die Babys, die noch gar nicht geboren wurden, bereits der Muttersprache ausgesetzt werden, weil die Mutter spricht ja normalerweise und diese Laute werden dann auch übertragen und dadurch bekommen die die Muttersprache mit, also wenn ihr eine deutsch sprechende Mutter habt, dann kriegt ihr dieses mit und lernt so den Rhythmus und die Sprachmelodie der Muttersprache kennen, weil das so, das sind so Kennzeichen von der Sprache, die haben so physikalische Eigenschaften, die auch dann gut übermittelt werden, wenn das nicht durch die Luft geschieht, wie das hier jetzt gerade passiert, oder Luft und Elektronik, sondern eben zum Beispiel über Gewebe und über Flüssigkeit. Das heißt, das Training von der Muttersprache beginnt schon bevor ihr überhaupt geboren wurdet. Das klingt jetzt so, als würde sich die Sprache vollkommen allein entwickeln. Also die Idee ist, wie so ein Modul oder wie so ein unabhängiges System und dafür sind wir begabt, dafür gibt es eine Veranlagung und dann funktioniert das super gut. Und da muss man sich, wenn daneben irgendwas schiefläuft, Pech gehabt, aber eigentlich die Sprache müsste sich toll entwickeln. Ja, das ist ein super Gedanke, so scheint es aber nicht zu sein, weil es ganz viele andere Fähigkeiten gibt, die dafür auch notwendig sind. Und ein Beispiel ist die Unterscheidung von Sprache und Hintergeräuschen. Für euch das beste Beispiel, das ich euch jetzt gerade geben kann, wenn ihr auf einer Party seid oder sowas und da reden mehrere Leute und ihr wollt euch nur auf eine Person konzentrieren, sozusagen auf einen Sprecher oder eine Sprecherin und einen, wie wir dann sagen würden, Kanal und dann wollt ihr andere ausblenden oder ihr wollt Hintergeräusche ausblenden und und das und das natürlich eine Leistung, die muss unser auditive System oder das Gehör vollbringen, damit wir überhaupt Sprache gut verstehen können. Das andere Beispiel, das ich euch sagen will, ist was absolut Faszinierendes und besonders dann, wenn ihr Experimente mit euren kleinen Geschwistern machen wollt und das sind Zeigegesten. Für uns als Menschen ist es das Natürlichste auf der Welt, dass wir zeigen und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, was ist Zeigen, dann kommt er sehr schnell drauf, Moment mal, Zeigen ist eine soziale Fähigkeit, ich zeige eigentlich nie, wenn ich allein bin, also ihr würdet nicht allein auf einen Gipfel steigen und dann in die Ferne zeigen und oh machen und was hier für Berge sind und so weiter, vielleicht würdet ihr mit euch sprechen, das haben wir ja vorher gemacht, aber ihr würdet wahrscheinlich nicht zeigen, das ist eine soziale Handlung und dann habt ihr vielleicht bei euren kleinen Geschwistern gesehen, so Zeigegesten kommen ab ungefähr dem ersten Jahr vor, das sind diese Sachen, die begeistern sich für was, gucken drauf und dann machen die da, 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 da und dann wollen die, ihr da auf jeden Fall drauf guckt und dann gucken die euch auch in die Augen und schauen, schaut ihr da hin, die überprüfen das, wollt ihr da auch hinschauen, also die finden irgendwas super interessant, zeigen drauf und dann gucken die, schaut ihr da jetzt auch drauf und das ist ein faszinierender Moment, weil denkt mal drüber nach, für euch ist es absolut klar, ihr wisst Sachen, die wissen die wisst ihr nicht, zum Beispiel wo es hier einen super guten Kaffee gibt und so weiter und da kann ich das sprachlich ausdrücken und für uns ist klar, ich kann jetzt zum Beispiel Sachen sehen, die kann der Christian nicht sehen, weil zum Beispiel jetzt mein Laptop dazwischen ist und er weiß das wahrscheinlich auch, dass ich jetzt gerade was sehe, was ich, was er nicht sehen kann für uns ist das absolut selbstverständlich ich habe einen anderen geistigen Zustand anderes Wissen in meinem Kopf als er für uns Menschen vollkommen klar und wenn kleine Kinder mit einem Jahr das erste Mal diese Zeigegesten machen dann ist das für uns ein Hinweis drauf jetzt haben die verstanden dieses dieser Mensch der mir gegenübersteht hat einen anderen geistigen Zustand ein anderes Wissen als ich jetzt gerade weil ich schaue mir dieses tolle Gehirn an und der Christian zum Beispiel der schaut da gar nicht drauf und deswegen will ich unbedingt mache ich mit meiner Zeigegeste drauf schau mal wie toll es weil ich will dass du das auch siehst also das sind spannende Frage aus der Community ist es richtig dass wir als Baby alle Laute sprechen könnten die es bestimmte Laute in unserer Sprache benötigen die anderen Laute verlernen ja das ist richtig also Gratulation an die Person die das gesagt hat mit dem sprechen das natürlich nicht so aber von dem was wir wissen wir können alle Laute unterscheiden die es in menschlichen Sprachen gibt aber wir verlieren diese Fähigkeiten weil unser Sprachsystem in der linken Hemisphäre ihr wisst ja wo das ist sozusagen dann fein justiert wird auf die Muttersprache und dazu da verlernen wir dann die Laute von anderen Sprachen also ihr wisst vielleicht dass nicht alle Sprachen dieselben Laute benutzen also zum Beispiel das englische dieses TH H das gibt das gibt es im deutschen nicht oder es gibt in einer afrikanischen Sprache namens Ewe ein Laut der klingt so wie wenn wir eine Kerze ausblasen so ein F und das ist ein anderer Laut als ein F welches wir natürlich haben wie zum Beispiel in Flasche aber für uns gibt es nicht ein Wort wie Flasche und für die Sprecher von Ewe wäre Flasche und Flasche so ein großer Unterschied wie zum Beispiel bei uns im Deutschen Busch und Bus und ja wir kommen vorbegabt für alle Phoneme auf die Welt und diese Begabung verlieren wir dann so über die Zeit das aber interessant weil zum Beispiel ich habe mal Spanisch gelernt und da gab es Leute die haben gesagt sie können das eher einfach nicht rollen was ja typisch ist das Spanische die haben das deutsch ausgesprochen und wie ist das also gibt es da wirklich Menschen die das eher opportun rollen können auch wenn sie es versuchen oder das ist gut dass du sagst mit diesen rollen das ist der betrifft den Bereich Motorik weil du musst jetzt dein Sprachapparat umtrainieren und was wir wissen von motorischem lernen motorisches lernen ist sehr schwierig und sehr langwierig das erfordert sehr viel Training also es gibt sehr sehr viele Leute die sagen wenn wir nach der Pubertät versuchen eine zweite Sprache zu lernen oder zweite dritte vierte fünfte oder so dann werden wir das niemals so gut schaffen wie ein Muttersprachler da gibt es aber auch immer wieder mehr Gegenbeispiele und mit Sicherheit ist eine der größten Schwierigkeiten dass wir diese Motorik hinbekommen und ich würde mal sagen wir haben gute Vorteile wenn das wenn das vielleicht so ähnlich ist wie bei uns im Bayerischen gibt es auch manchmal das R das man so hinten und vorne rollt und im Hochdeutschen gibt es das weniger also die Bayern hätten jetzt mit so R's die in manchen Sprachen hinten und vorne gerollt werden weniger Schwierigkeiten und jetzt komme ich zu einer Thematik die wirklich absolut super spannend ist und macht euch die Freude wenn ihr hier fertig seid dann geht zu YouTube rein und darf ich Werbung für YouTube machen oder es gibt eine Frage von Anke die möchte wissen ob es von dir auch einen Podcast gibt nein von mir gibt es keinen Podcast Danke Anke dass du fragst ich habe mich mit dem noch nie auseinander gesetzt aber das ist sehr nett das wäre die Anregung oder das ist eine gute Anregung okay also passt auf alles was wir bisher besprochen haben mit einer kleinen Ausnahme also Sprachverständnis funktioniert hier und Sprechen funktioniert hier okay alle einverstanden und ihr nickt alle ja passt und dann okay seid ihr euch wirklich sicher dann überlegt er so ein bisschen und dann kommt es auf hey schreiben ich kann auch Sprache verstehen durch lesen und ich kann schreiben okay stimmt aber es gibt noch die faszinierenden Sprachen der Gebärdensprachen und ich kann das nicht sehen aber ich glaube ihr könnt sehen wir haben eine Gebärdensprach Dolmetscherin die das was ich im gesprochenen Deutsch spreche in Gebärdetes in deutsche Gebärdensprache übersetzt und da seht ihr jetzt schon mal ich kann versuchen über total komplizierte schwierige Sachen zu sprechen und die kann das genauso gut gebärden die kann das ausdrücken und eigentlich ist es so alle Sachen die an gesprochenen Sprachen besonders sind oder die ganz normal sind sehen wir bei Gebärdensprachen genauso ein Beispiel über das wir gerade gesprochen haben lernen von einer zweiten Sprache wenn ihr jetzt eine Gebärdensprache lernen wollt ja tut das dann braucht ihr da ich würde mal sagen vier Jahre aufwärts das Studium dauert so ist um die vier Jahre angelegt seid ihr dann so gut wie ein Muttersprachler nee das wahrscheinlich nicht das dauert schon viel viel länger und wahrscheinlich ist ein Muttersprachler immer noch flüssiger als ihr das seid also auch hier dieses Beispiel wenn es eine Zweitsprache ist oder eine Drittsprache dauert es länger gibt es Dialekte ja gibt es unterschiedliche Gebärdensprachen natürlich können die miteinander sprechen nein natürlich nicht außer sie haben diese andere Gebärdensprache gelernt und das wäre für die genauso wenn ich euch frage ihr sprecht gesprochenes deutsch könnt ihr denn auch gesprochenes chinesisch und wo ihr sagt nein natürlich nicht und so ist das für die Sprecher der Gebärdensprache wenn man die fragt verstehst du denn amerikanische Gebärdensprache dann sagen die nein jetzt das ein richtig tolles Beispiel wie sieht denn ein Broker Afasiker in Gebärdensprache aus also kommen wir nochmal zurück ich habe versucht euch zu sagen ein Broker Afasiker hätte Schwierigkeiten so ein Substantiv oder ein Verb zu produzieren das Beispiel war hier unser Auto und dann würde er versuchen das zu umschreiben und sowas okay jetzt das faszinierende an Gebärdensprache also auch dieser Broker Afasiker wird einen gebärdensprechenden Menschen sehr gut verstehen und wenn der zu ihnen sagt mach mal vor wie du trinkst oder man kann dem ja so einen Becher hinstellen und dann macht der so kannst du das nochmal machen ohne Tasse und dann okay und dann sagt ihr was ist denn das Wort in deiner Sprache für sowas wie trinken und ihr macht ihm das trinken vor und dann kann er diese Bewegung nicht durchführen also er kann diese Bewegung durchführen um zum Beispiel zu trinken aber er kann ihn nicht durchführen wenn er die benutzt wie ein Wort und das ist wenn er das durchdenkt das ist genau das was ihr erwartet hättet beim Thema Lesionen und Broca Aphasie aber ich auch wenn ich das Studierenden erkläre das dauert immer so ein bisschen und man rätselt da ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen also lasst euch das ein bisschen zu Gemüte gehen die Sprache hat einen anderen Input und also was Visuelles und es wird anders gesprochen mit den Händen und jetzt seht ihr ich habe euch hier auf der Folie so eine Abbildung aus einer Publikation dargeboten wo ihr auf der linken Seite seht bei dieser Abbildung bei dem Bereich B das sind die schwerhörigen Sprecher der Gebärdensprache und da seht ihr jetzt schon das ist ja der Blick auf die linke Hemisphäre bei dem oberen Bild und auf die rechte Hemisphäre beim unteren das haben wir besprochen und dann seht ihr da sind diese zwei Bereiche um die Silvische Furche aktiv das heißt das sieht bei denen wenn die einen gebärdeten Satz sehen ist diese Aktivierung ganz ähnlich wenn wir einen Satz hören also auch bei Sprechern der Gebärdensprache ist dieses Sprachareal aktiv und ich möchte jetzt noch mal euch zu zeigen wie toll und was diese Sprache alles kann indem ich noch mal unseren Moderator vorstelle weil ihr fragt euch doch vielleicht okay ich habe jetzt schon versprochen die können diese Sachen ausdrücken aber wie ist denn das zum Beispiel mit Namen wenn ich jetzt zum Beispiel Ella oder Leo heiße weil die wie kann man denn sowas gebärden und das mache ich jetzt noch mal mit unserem Moderator den habt ihr schon kennengelernt und der heißt Christian und dann werdet ihr jetzt bei der Gebärden Dolmetscherin sehen dass die das Christian mit dem Fingeralphabet ausbuchstabiert und so stellt man jemand vor so kommt man an Namen heran und jetzt es gibt noch eine Frage in der Community von Mara zu den Gebärdensprachen du bist zwar schon darauf eingegangen dass sie fragt ob es Fremdsprachen gibt aber ich finde das Thema auch sehr interessant wieso gibt es denn überhaupt Fremdsprachen bei den Gebärden warum ist das nicht wenn es so symbolhaft ist warum gibt es da nicht nur eine für die ganze Welt sozusagen das ist auch eine top Frage das wäre wahrscheinlich super wenn sich da mal jemand hinsetzt und sagt es gibt nur noch eine Sprache aber im Grunde müssten wir uns genau dieselbe Frage stellen wäre es nicht für uns auch einfacher wir sprechen alle nur noch eine Sprache dann müssten wir nur noch alle eine Sprache lernen warum es so viele Sprachen gibt das ist eine jetzt wird es richtig spannend das ist eine ihr kennt ja den Turmbaum zu Babel da habt ihr die Antwort es gab mal nur noch eine und dann naja gut da gehen wir jetzt nicht drauf ein aber es ist unpraktisch auch oder warum ist es vielleicht unpraktisch aber es ist andererseits auch toll weil es zeigt unsere Vielfalt so jetzt die Frage was passiert wenn sagen wir mal zwei Menschen zusammen kommen die miteinander kommunizieren wollen aber wo es keine Sprache im Angebot gibt und von dem was wir von diesen traurigen Einzufällen Wissen die erfinden eine neue Sprache und vielleicht wenn ihr eineige Zwillinge seid dann kennt ihr dieses Phänomen bei eineigen Zwillingen kann man das relativ oft beobachten dass eine Zeit lang nur diese zwei Zwillinge eine eigene Sprache erfinden und die können auch nur diese beiden verstehen und irgendwann mal hören die damit auch wieder auf weil sie dann natürlich die lokale Muttersprache übernehmen aber eigentlich sind wir in der Grundlagenforschung der Meinung es kommen zwei Menschen zusammen die miteinander kommunizieren wollen wo so ein Sprachsystem angelegt ist und dann erfinden die eine Sprache und wenn wenn das auditiv nicht klappt und über das sprechen dann erfinden wir eine Gebärdensprache und wenn man uns ein bisschen Zeit gibt dann wird die genauso komplex und ausgereift und fantastisch wie jede andere Sprache Das ist auch der Grund warum das mit dem Esperanto nicht funktioniert hat das war ja mal so ein Versuch eine Sprache für die ganze Erde Das war mit Sicherheit ein guter Vorschlag aber vergesst nicht wir definieren uns auch über Sprachen und wir für uns ist das auch wichtig diese Sprachen zu sprechen und diese Eigenheiten zu leben deswegen ist es auch eigentlich traurig wenn Sprachen verschwinden und wenn zum Beispiel Dialekte verschwinden deswegen wenn ihr ein Dialekt sprechen könnt behaltet den bei ja es ist sicher auch wichtig dass ihr Hochdeutsch sprechen könnt und dass ihr den Dialekt vielleicht auch loswerdet aber auf keinen Fall verschwinden lassen wenn ihr den benutzen wollt benutzt den wenn ihr Jugendsprache sprechen wollt benutzt das das zeigt dass das Ganze lebt aber ich wollte euch noch weil diese Gebärdensprachen weil die so faszinierend sind ich wollte jetzt lasst es euch ein bisschen durch den Kopf gehen und dann überlegt ihr euch Moment eine Sache weiß ich die klappt mit Gebärdensprachen nicht und was ist mit Schreien Schreien müsste eigentlich nicht klappen weil Schreien ist laut oder Schreien ist laut und wir probieren das mal mit unserer Dolmetscherin aus ich sage das Wort Vorsicht ich werde das ein paar Mal wiederholen Vorsicht und ihr guckt euch jetzt an wie sie das gebärdet Vorsicht und jetzt schreie ich das mal und schaut jetzt nicht auf mich und ich versuche in meine Stimme Ärger reinzubringen wir können natürlich auch in unsere über unsere Sprache über die stimmlichen Möglichkeiten Emotionen ausdrücken ich mache jetzt Ärger kennt ihr ja vielleicht wenn ihr ein paar Mal euch wurde ein paar Mal gesagt und ihr passt nicht auf und so weiter wir können auch das Wort Achtung nehmen oder sowas und dann werdet ihr von euren Eltern angeschrien oder geh jetzt endlich ins Bett irgendwie sowas und dann spannen die so richtig den Kehlkopf an um den Ärger rauszubringen und das machen wir jetzt mit mit dem Wort Achtung also Achtung einmal normal und dann versuche ich mein Gesicht normal zu lassen und ich schreie Achtung mit ärgerlicher Stimme Achtung Vorsicht und jetzt seht ihr bei der Gebärdendolmetscherin dass die Gebärden größer geworden sind und deutlicher und dass die den Ärger über ihr Gesicht ausgedrückt hat das heißt ihr habt gesehen auch das sowas wie Schreien geht in Gebärdensprachen Ich habe noch eine letzte Frage für euch die zu den ganzen Sachen gehört wo ich mir denke boah da müsste man eine ganze Lebenszeit haben um sowas zu machen Können Tiere sprechen Schwere Frage so wie wir mit Wörtern mit Sätzen und so weiter ja ich glaube nicht also schwierig schwierig wahrscheinlich eher nicht die können auf jeden Fall kommunizieren können die Symbole gebrauchen wir haben ja gesagt Wörter sind Symbole ja es gibt sehr sprachbegabte Bonobos eine Schimpansenart die wo es einige Exemplare gibt die konnten ungefähr so gut mit Symbolen kommunizieren wie zweijährige Kinder wenn ihr das angucken wollt dann schaut mal hier auf diesem Kanal unter gerne lernen wie viel Affe steckt in dir und da seht ihr super Beispiele wie wie viel Affe in uns steckt aber dann möchte ich euch noch auf Hunde hinweisen weil Hunde können teilweise auch über 100 Wörter lernen und verstehen verstehen die anscheinend auch als Symbole und was ihr Herrchen damit meint also wenn es gerade Border Collies sind anscheinend sehr sprachbegabt wenn ihr so ein Zuhause habt dann probiert das mal alles aus und da gibt es ein Arte bei Arte ein total super Video das könnt ihr euch mal angucken wie der Hund die Welt eroberte und da könnt ihr dann auch jede Menge Experimente sehen die ihr vielleicht mit eurem Haustier wenn ihr glücklicherweise einen Hund habt durchführen könnt und damit wäre ich eigentlich am Ende von dem was ich euch erzählen wollte und wenn ihr jetzt noch ein paar Fragen habt dann habt ihr die vielleicht an Christian geschickt den schaue ich jetzt mal an es gibt noch eine Frage bei YouTube die kannst du vielleicht ganz kurz beantworten von Mara möchte wissen was studiert man denn wenn man bei dir Vorlesungen hat das ist ja nett Mara ich gebe Veranstaltungen in der Psychologie aber dadurch dass ich auch in der medizinischen Fakultät bin natürlich auch in der Medizin zum Beispiel medizinische Kommunikation also wie man mit Patienten reden soll aber wenn du dich für Sprache interessierst dann gibt es natürlich auch die Sprachwissenschaft die Linguistik und in der Psychologie gibt es die Psycholinguistik und wenn du dich für Tiere interessierst wie die wie und ob die sprechen können dann gibt es dann natürlich auch den Bereich der Zoologie und ja vielleicht würde mich freuen wenn es dich interessiert und ich hatte unten so ein paar Referenzen du findest auch leicht meine E-Mail-Adresse raus und wenn dann kannst du mich ja anschreiben wenn du dazu noch mehr lesen möchtest du findest auch ganz viel im Internet also die schreibe ich in die Kommentare rein okay gut dann mein Vorschlag geht raus schnappt euren Schlitten und genießt den Schnee und lasst Hausaufgaben Hausaufgaben sein oder darf ich das jetzt nicht sagen macht's gut schnappt 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 Vielen Dank.